Auf der A93 zwischen Schönwald und Rehau ereignete sich am Mittwochmorgen ein Verkehrsunfall. Kurz nach der Perlenbachbrücke krachte ein Kleintransporter in einen LKW. Der Beifahrer des Kleintransporters wurde dabei im Fahrzeug eingeklemmt. Da die Rettungskräfte den Mann aus dem Auto befreien mussten, musste die A93 kurzzeitig vollständig gesperrt werden. Der Beifahrer wurde mit leichten Verletzungen in das Klinikum Hof eingeliefert. Untertitelung des ZDF, 2020